Sean, vielen Dank! Geht's gut? Ganz herzlich willkommen bei Provi Tip Drive, Sean. Und wir können froh sein, heute sind wir in unserer schönen, warmen Limolux-Limousine. Ich liebe das. Weil es regnet. Es regnet. November, das ist ganz normal. Zum Glück fahren wir jetzt und sind nicht draussen am Laufen. Sean, du verkehrst normalerweise in sehr edlen Kreisen, wo du auftauchst. Du sorgst für Aufmerksamkeit, du bringst Glamour mit. Danke. Wie auch heute ins Auto. Aber warum hatten du und Patrick? Warum haben dir bei Sommerhaus den Stars mitgemacht? Das ist eher ein bisschen trashig. Ja, ich liebe das. Ich bin nicht so ein Reality-Star-Fan. Aber Patrick Schöpf liebt alles zu tun mit jedem RTL, deutsche Fernsehenshow. So, wir hatten diesen Einrufen gekommen. Und Patrick hat gesagt, nein, nein, wir machen das nicht. Und das war so viel Geld für nichts. Er hat gesagt, nein, wir machen das jetzt. Du redest von so viel Geld? Ja, ja. Was sind das für Summen? Was muss man sich vorstellen? Für mich, was es ganz richtig ist, ich habe nicht gespendet in 17 Tagen. Für mich, das ist ein Win. Aber... Also, du hast nichts ausgegeben in 17 Tagen, wenn du nicht da gewesen bist. Genau, genau. Aber ich habe das gemacht, weil Patrick so viel Freude hatte. Ich unterstützte, unterstützte, unterstützte Patrick natürlich. Aber das war so viel Spass. Das war wie ein Fadiheim, Kinderheim, Pflegeheim, Summer Camp, alles zusammen. Aber du sagst jetzt eigentlich, du bist wegen Patrick gegangen. Patrick kriegst du die Schuld. Aber sag jetzt nochmal ganz genau, wie viel Geld habt ihr denn bekommen? Sind das eine 5-stellige Summe, eine 6-stellige Summe? Es sind... 6. 6, 7 sogar? Ja. Das war eine gute Nummer. Wir können nichts sagen nein. Also wir bereuen es auch nicht, dass ihr nicht mitgemacht habt. Und schade, dass ich gespielt habe für Kids with a Cars Europa. Ich bin der Präsidentin für diese Stiftung in der Schweiz. Und wenn wir gewonnen hätten, dann extra 50'000 Euro. Das wäre gegangen nach Kids with a Cars Europa. Du hast es vorhin angesprochen, du bist natürlich auch bekannt. Dich für Charity-Organisationen einzusetzen. Genau. Warum machst du das? Aus welcher Motivation heraus? Der Anfang für mich war mit 19 Jahren alt. Ich habe etwas gemacht für Aids-Hilfe in den USA. Und das war der Anfang. Aber für mich, ich war für UNICEF, SOS Kinderdorfer, weltweit eine Botschafterin. Und 15 Jahre vorher hat es gemacht mit der Audrey Hepburn Foundation Stiftung Kids with a Cars. Und das kommt von Nordamerika, Kanada und den USA. Wie viel Zeit investierst du in das Ganze? Oh, viele Zeit. Montag hatten wir Termine den ganzen Tag mit der Privatschule in Bern. Und wir hatten verschiedene Projekte. Wir machen jedes Monat für Kinder weltweit hier in der Schweiz und auch weltweit. Und mit dem verdienst du ja kein Geldnehmig an. Wo? Nein, wir alle sind Volunteers. Genau. Das ist kostenlos. Von wo kommen dann deine Einnahmen? Mit was verdient Joan viel dein Geld? Normalerweise mache ich das von Residuals, von meiner Acting, was ich vorher gemacht habe in Los Angeles. Ich war vis-a-vis TV, Fernsehshows, Texas Walker Ranger. Ich habe gespielt für Robert Altman, einen super Direktor in Hollywood. Also da kommt jetzt noch Geld rein? Ja, ja, klar. Das immer. Das ist interessant. Und das für die gute Zeit. Jetzt denke ich, das ist alles ganz schwierig. Auch für Sängerinnen. Musik ist kostenlos jetzt. Aber woher? Da kommt ein Residual-Check. Ich weiss nicht, was das Residual heisst. Das sind so eigentlich wie bei der Plotten, oder? Wie bei der Musik wiederholten. Wie letzte Woche, Dr. T & The Women war drin im Fernsehen. Und jedes Mal ein Wiederhol-Check. Wo es ausgestrahlt wird. Genau. Nicht schlecht. Das ist natürlich sehr gut. Ja. Schon, du warst auch in den Medien. Das Bild hatte einen lustigen Titel. Diplomaten-Ex. Ganz undiplomatisch. Du hast ein paar Mal über die Schweiz etwas schlecht geredet, etwas trashed. Du hast dich dann entschuldigt. Und jetzt möchte ich gleich einmal aufzeigen, was du an der Schweiz gerne hast. Und was du eben nicht so gerne hast. Komm, wir fangen mal mit diesen Sachen an, die du eben nicht so schätzt. Das ist so komisch, weil ich war bei der Deutschen Fernsehen Preisverleihung. Und das ist jedes Jahr in Deutschland natürlich. Und Barbara Schonenberger war dabei. Die ganze Stimmung für den ganzen Abend ist ganz cool. Aber das ist live Television. So gibt es keine Reporterin dabei. So nachher, eine junge Reporterin vom Bild hat gefragt, wie ist Berlin? Und ich habe gesagt, ich wohne nicht in Berlin mehr. Ich wohne nur in der Schweiz. Und sie hat gesagt, wuh, die Schweiz? Puh! Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, alles ist ein Arschlochen. Ha, 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 ha. Also als Joker hast du gesagt. Ich kann immer sarkastisch und einen Witz machen. Und dann den nächsten Morgen, du, 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 du. Ich gehe nach dem Flughafen. Du, 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 du. Und Cappuccino. Und da hast du Schlag ziemlich gesehen. Nein, nein, das war so komisch. Ich war an der Titelzeit für das Bild. Kein Ordnung. Du, 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 du. Cappuccino hat gewartet für den Flug. Flug zurück nach Zürich. Wir liegen im Bett, Patrick und ich. Und das war Mittelnacht, 1 Uhr am Morgen. Und er hat gefragt, hey, hey, bist du wach? Warum? Hast du gesagt, alle Schweizerinnen sind Arschlochen? Ich habe gesagt, ja, ja, geh zurück zum Bett. Das war ein, ein guter, you know, Barbara Schönenberg, funny, komischer, you know, Fernsehen. Ja, anders. Und er hat gesagt, oh, okay, okay. Aber dann am nächsten Morgen kommt die Geschichte weiter und weiter. Ja, für mich ist das immer Swinglish, Deutsch-English, Missverständnis, Sarkasmus. Wir haben noch ein kleines Geschenk für dich. Danke schön. Und zwar ist das ein 100 Franken Gucci von Up2. Das ist von AXA, das neue Auto-Abo. Ich hoffe, das kannst du auch brauchen. Und wir freuen dich wieder bei uns im Promotiv. Natürlich. Merci vielmals, Marianne. Danke schön. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.